Hier soll der Flutpolder entstehen. In direkter Nähe zu Wörth an der Donau soll ein Becken gebaut werden, das bei Hochwasser mit 16 Milliarden Litern geflutet werden kann. Nahe der Stadt würde das Wasser dann bis zu 9 Meter hochstehen. Das soll Städte flussabwärts schützen, doch vielen Menschen hier macht der Polder große Sorgen. Im Rathaus sind schon rund 50 Stellungnahmen gegen das Projekt eingegangen. Dass viele Wasser im Polder könnte zahlreiche Auswirkungen auf die Region haben, so die Sorgen der Bürger. Ja, natürlich Trinkwasserversorgung ist ziemlich weit oben und die Angst, da soll die Grundwasserstände steigen und dass die Keller, die ja zum Teil jetzt schon durch den Todenausbau vernässt worden sind, dass das nun schlimmer wird durch den Polderbau und einfach die Angst vor dem Ungewissen, was da auf uns zukommt. Noch rund zwei Wochen können Bürger Einwände im Rahmen des Raumordnungsverfahrens abgeben. Die Regierung der Oberpfalz muss dann prüfen, ob dem Projekt große Hindernisse entgegenstehen. Bürgermeister Schütz hofft, dass die Argumente der Anwohner gehört werden. Die Zeit drängt für ihn. Es läuft halt die Maschinerie an, die Rechtsmaschinerie. Also das Raumordnungsverfahren heißt ja nichts anderes, dass die Regierung prüft, ist das Ganze raumverträglich oder nicht. Und wenn es rauskommt, dass es raumverträglich ist, dann geht es halt weiter in die Planfeststellung und dann wird es natürlich immer schwieriger, hier dagegen vorzugehen, gegen dieses Wahnsinnsprojekt. Ein Argument der Poldergegner ist die Grundwassersituation. Der Polder müsste möglichst dicht sein, damit das Grundwasser bei einer Flutung des Beckens nicht beeinflusst wird. Doch es gibt im Becken zahlreiche Entwässerungsgräben und die seien an vielen Stellen mit dem Grundwasser verbunden, so die Gegner. Das stehe schon in den Planungsunterlagen für die Gräben aus den 80er Jahren. Und da steht eigentlich ganz klar drin, die künftige Vorflut übernehmen die Entwässerungsgräben im Planfeststellungsbereich, die auszubauen bzw. neu zu bauen sind und eine Verbindung mit den grundwasserführenden Schichten erhalten. Über diese Verbindungen könne das Wasser im Polder auf das Wasser im Boden drücken und den Grundwasserspiegel ringsum anheben, so die Befürchtung der Anwohner, die um ihre Keller und Brunnen bangen. Das hat im Prinzip zwei konkrete Auswirkungen. Grundwasseranstieg. Und das zweite Thema ist ganz klar, dass sich das schmutzige Polderwasser mit unserer Trinkwasserversorgung vermischt und dann die Trinkwasserversorgung nicht mehr gewährleistet ist. Das sei aber nur ein Argument von vielen, sagt Stefan Kramer. Große Hoffnung hat er aber nicht, dass der Polder dadurch auch gestoppt wird. Und es ist auch die große Angst der kompletten Bevölkerung, dass wir kein ehrliches Verfahren kriegen, sondern dass das Ergebnis heute schon feststeht. Gut möglich, dass sich am Ende auch Gerichte mit den Argumenten für und gegen den Polder befassen müssen.